Hi und herzlich willkommen zurück hier bei MRTV. Die MetaQuest 3 ist da und ihr müsst euch entscheiden, wird es die 128 GB Version für 550 Euro oder wird es die 512 GB Version für 700 Euro. Eine sehr wichtige Entscheidung. Ich habe da eine ganz klare Meinung zu und die werde ich euch hier heute darlegen. Also bleibt dran, schaut das ganze Video, denn genau damit geht es jetzt los. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Sebastian Ang und wenn ihr euch für die virtuelle Realität interessiert und die Quest 3, dann seid ihr hier genau richtig. Hier bekommt ihr die aktuellsten News und Reviews zum Thema und auch zu anderen VR-Brillen. Und ja, wenn euch das gefällt, abonniert jetzt und klickt auf das Glockensymbol, damit ihr keins unserer Videos verpasst. Und jetzt zum Thema. 128 GB oder 512 GB. Der Unterschied von 150 Euro ist natürlich schon recht groß. So, und meine Meinung dazu. Holt euch die 512 GB Version. Ja, für die meisten von euch wird das zutreffen. Für einige von euch nicht, aber dazu komme ich gleich. Warum die größere Version? Also, ich hatte mir bei der Quest 2 tatsächlich die kleine Version gekauft. Die 64 GB Version. Weil ich mir dachte, okay, wie viele Spiele spiele ich gleichzeitig? Ja, vielleicht 2, 3 und da werden 64 GB schon reichen. Dachte ich. Und dann kam Medal of Honor. Ja, es ist 60 GB. Ich konnte es gerade so mit Achenkrach installieren und kein anderes Spiel daneben. Und das war super ärgerlich, fühlte sich nicht toll an und war in dem Moment dann ganz klar eine Fehlentscheidung von mir, diese kleine Version zu kaufen. Ja, und so wird es auch mit der 128 GB Version kommen. So wird es kommen, denn 128 GB hört sich jetzt vielleicht okay an, aber die Spiele werden immer größer. Und ja, irgendwann wird es dann diesen Knaller geben, der 100 GB benutzt oder 110 oder so. Und dann seid ihr mit eurer 128 GB Version sehr schnell am Limit und ihr werdet euch denken, oh man, hätte ich mal die 512 GB Version mir gekauft. Ja, das ist schon mal ein Grund. Spiele werden größer, 128 GB ist dann nicht mehr so viel. Dann der zweite Grund, der für die 512 GB Version spricht, ist einfach der Wiederverkaufswert. Denkt mal drüber nach. Die kleinere Version ist in dem Moment natürlich auch viel weniger wert als die große Version. Und zu dem Zeitpunkt, wo ihr dann eure Quest 3 verkauft, weil ihr die Pico 5, Pico 5 Pro Max, Quest 4 euch kaufen wollt, zu dem Zeitpunkt gibt es dann auch schon eine 256 GB Version der Quest 3 wahrscheinlich. Und eure 128 GB Version wird noch kleiner aussehen und der Wiederverkaufswert wird da noch geringer sein. Also das würde ich doch auf jeden Fall bedenken dabei. Ja, und natürlich, wenn ihr vielleicht auch mal was aufnehmen wollt mit eurer Quest, ja, ein Gameplay oder so, vielleicht wollt ihr ja auch ein Influencer werden oder so, dann auf jeden Fall auch die 512 GB Version, denn Aufnahme von Games, klar, braucht auch Speicher. Ja, dann noch was, wenn ihr die 512 GB Version euch bestellt, dann bekommt ihr auch natürlich hier Asgard's Wrath 2, aber das bekommt ihr auch bei der kleineren Version. Aber ihr bekommt noch sechs Monate Meta Quest Plus dabei, umsonst. Und dann werden diese 150 Euro Unterschied schon gar nicht mehr so groß, weil ihr eben noch mehr Value dazu bekommt hier, ne, Meta Quest Plus. Das ist nämlich ein ziemlich interessantes Abo. Da bekommt ihr jeden Monat zwei Spiele, umsonst. Und dementsprechend ist das schon eine spannende Sache, ne. Das bekommt ihr bei 128 GB nicht. Ja, 150 Euro Unterschied, klar, ist eine Menge, gerade weil Speicher jetzt nicht so teuer ist, kostet nicht 150 Euro, ne, klar. Aber im Vergleich zu anderen Firmen, Apple, ja, ist das gar nicht mal so schlecht. Für 150 Euro bekommt ihr viermal mehr Speicher. Und das ist schon eine Menge. So, so günstig ist der Speicher bei Apple dann zum Beispiel nicht. Und so unverschämt wie Apple ist auch hier der Preis dann nicht. Diese 150 Euro mehr. Und natürlich ist es mehr, als der Speicher kostet. Aber man muss natürlich auch bedenken, dass Meta natürlich auch Geld verdienen möchte. Und sie möchten auch mal eine Quest 4 und 5 machen. Und ja, natürlich wollen sie Geld verdienen. Und ich finde es fair game. Ich muss sagen, ich finde es fair, dann in dem Moment auch so viel mehr zu verlangen. Einfach damit die natürlich ihre Gewinnmarge auch bekommen. Denn das Gerät, mit dem Gerät alleine, mit der kleinsten Version, werden sie nicht so viel Gewinn machen können. Da sind einfach zu gute Bauteile drin verbaut. Insofern macht es Sinn, dass sie mit der größeren Version mehr Geld verdienen. Ja, aber für wen ist denn die 128-Gigabyte-Version okay? Und angesagt meiner Meinung nach sogar. Und zwar ganz klar für diejenigen unter euch, die das Gerät benutzen wollen zum PC VR-Stream. Das heißt, wenn ihr eure Spiele in Wirklichkeit auf Steam kauft und wenn ihr mit R-Link oder mit Virtual Desktop oder mit dem Link-Kabel da eure Steam VR-Spiele spielt, dann ist es natürlich geschenkt. Dann braucht ihr nicht die 512-Gigabyte-Version. Dann reicht absolut auch die 128-Gigabyte-Version. Dann haut ihr euch da Virtual Desktop drauf oder einfach nur R-Link. Ein paar Spiele Standalone werdet ihr euch vielleicht auch holen. Aber da reicht dann die 128-Gigabyte-Version allemal. Ja, und das war es eigentlich auch schon, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Kurz mal überlegen. Nee, 512. Ja, 512-Gigabyte-Version. Ich habe mir die 512-Gigabyte-Version bestellt und freue mich drauf. Und natürlich als Content-Creator macht es Sinn. Ich werde so viele Spiele gleichzeitig auf dem Gerät haben. Da werde ich an die 512-Gigabyte-Version auf jeden Fall drankommen. Ja, spannende Zeiten. Wirklich spannende Zeiten. Ich habe schon gesehen, dass die 512-Gigabyte-Version bei den meisten Händlern schon vergriffen ist. Einfach weil die meisten wahrscheinlich so denken wie ich. Und wenn ihr jetzt versucht, noch da was zu bekommen, schaut auch mal vielleicht im europäischen Ausland, vielleicht bei Amazon, Spanien, Italien, Frankreich, ob es da vielleicht noch dann eine 512-Gigabyte-Version gibt. Schaut mal einfach nach. Yo, und das war es für dieses Video. Wenn ihr das gut fandet und wenn eure Kaufentscheidung auf MRTV-Videos beruht, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr jeweils den Affiliate-Link benutzt unter den Videos. Denn damit unterstützt ihr diesen Kanal und es kostet euch keinen Cent mehr und das wäre fantastisch. Und denkt an den Daumen nach oben. Das wäre total gut. Ja, viele Sachen muss man hier machen. Eine Sache wäre auch gut, wenn ihr Videos für diese gut findet, abonniert diesen Kanal und klickt aufs Glockensymbol, damit ihr keins unserer Videos verpasst. Das war es jetzt aber. Und jetzt möchte ich von euch wissen, welche Version ist es für euch geworden? Die 128-Gigabyte-Version oder die 512-Gigabyte-Version? Schreibt es mal unten in den Kommentarbereich rein. Bin sehr gespannt. Ich denke mal, die meisten haben die 512-Gigabyte-Version bestellt. Oder? Mal sehen. So, das war es aber. Ich freue mich drauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis denn. Macht's gut. Tschüss. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020